Ja, es gibt ja auch Team Reifen-Reparatur. Ich finde den Herrn voll gut. In Folge 19, ne? Wo wir dann so... Diese berühmte, berüchtigte Folge 19. Diese Folge, die jetzt schon 23.000 Aufrufe hat. Ja, obwohl wir... Kein Ahnung, warum. Ja, weil das alles neu heißt. Denk mir vor, dass Peter Fox. Damit nennen wir die jetzt hier Call Me Maybe oder so. Ja. Ja, mach das mal echt. Nee. Können wir Infovideo machen? Wo es geiler, kommen wir Call Me Maybe. Im Titel, ja. Sky Me Maybe. Genau. Hey, Baby. Hey, I'm small to... Oh, nee, I'm small to meet you. This crazy. This is Mojo. Der ist da... Das ist, was... Hey, wie... So, okay, maybe. Also, was jetzt passiert ist, das glaubst du nicht. Erwurscht. Ja, das ist ja auch nichts. Also, wenn jetzt ein Bescheid sagen ist, aber ich hätte auch nichts gehabt dafür. Ja, ich hab das ja eingesetzt, aber ich war trotzdem vor der Wand. Guido, kannst du uns vielleicht ein... Oh, Vorsicht, hab das umgefahren. Ich find's ja auch doof, dass man hier keinen Schaden kriegt. So wie in NFS Most Wanted. Also, die Verfolgung, die müssen wie in NFS Most Wanted sein. Apropos NFS Most Wanted. Wann kam das nochmal raus? Das dauert noch. Äh. Meinst du, du holst dir das? Nee. Also, nicht so, wie du das jetzt meinst. Äh. Ich glaub, ich lad mir erstmal ne Testversion. Ich glaub's drauf, oder was ist das? Was? Holst du erst beim Schlafsacken? Ja. Ähm. Ne, was cool wär, wenn dieses Trials-Spiel rauskommt. Das kommt 2013. Was ist das? Trials HD, da fährst du so ein Motorrad, also da trials du halt. Auf entweder selbstgemachten Strecken oder halt die vorgefertigten In-Games. Du kannst halt mit deinen Freunden zusammenfahren. Was ist? Das wär, wie gesagt, man, das wär mal ne Mach-Trag. Das ist richtig cool, also, das ist auf der Xbox jetzt schon ein Hint und auf der Xbox kostet das nur 15 Euro. Das ist so geil. Das ist cool. Da heißt das Trials Evolution und hier heißt das dann Trials, äh, keine Ahnung, dann ist dann, es gab schon mal ein Trials, das ist ja Trials HD, da hat man dann die ganzen, ähm, Strecken von dem alten Spiel und jetzt halt noch die neuen dazukommen und halt diesen Editor, man kann sich auch eigene Strecken machen. Und dafür, ja, das ist richtig cool, kann ich mir mal ein Ding schmiegen, wie das aussieht. Aber kennst du vielleicht bei Commander Krieger, der spielt das doch. Nee, hab ich noch nicht. Ja, kannst du ja mal angucken. Ist cool. Ja, muss ich mal machen. Sondern, weil, das halt mit diesen Ranglisten und so, wer halt eine bessere Zeit hat und halt so ein Käse. Ja, da könnten wir da auch so ein, so ein Gegeneinander machen, also müssen wir das dann zusammen aufnehmen. Ja, ein Gegeneinander miteinander. Und dann so, äh, Splitted, Streen oder sowas machen. Ja, können wir mal machen. Falls einer von uns ne Ahnung noch, wie das geht. Ja, muss ich mal bei mir gucken, ob ich das hinkriege. Ich glaub aber eher weniger. Aber Lukas braucht ja... Oh ja, hat mal einer was zum Drücken? Äh, apropos Lukas, wie steht das eigentlich mit diesen, mit den, äh, anderen Videos da von der Games? Kommt man noch. Äh, ja, geht wohl nicht. Ich hab die auch nicht mehr. Bisschen Scheiße, ne? Bisschen blöd irgendwie. Warum fahr ich denn jetzt schon wieder in die falsche Richtung? Ich fahr ich in die falsche Richtung! Sonst soll er die mal nach der Dropbox tun oder so. Was los, ihr schafft das? Ich glaub nicht an euch. Spaß. Hä? Äh, mit den Videos ist es ein bisschen fail gewesen, aber das Hauptvideo ist ja da. Also, wer es noch nicht gesehen hat, Gamescom-Special, klickt da mal an, ne? Ja. Heißt auch Gamescom-Special. Das ist doch mal ganz gut, wenn man dann noch so, weißt du, nicht nur so, so Kästchen da... Ja, dann entfernen wir die Kästchen. Was für ein Video zu denn? das kriegt er jetzt bei seinem mikrofon zugeschickt erneu ist und dann kann er mit aufnehmen das wollte er dann auch machen der nimmt vielleicht sogar world of warcraft auf der zockt das zählt ja irgendwie hat er das fünf oder so von fünfmal ganz unverbindlich bis so an da ja das kommt ja noch die scheiße des pandas also das wird er vielleicht auch aufnehmen ich werde jetzt bald zu einem rundkurs einlernen da müssen alle raus aus stützpunkt und event sein okay er schreibt vorher so gut ziel ich dachte fliegen ja erst fliegen ja was bringt was ist denn fliegen ja das will ich jetzt aber auch wissen ehr erst fliegen schreibt ich bin 6 von 8 in der Ruhe er hat es trotz du wurdest von kult oder er hat ignoriert so gut so gut und juni und eingetreten die ich denke mal das im Stadion oder sowas oder wir müssen uns zu dem import teleportieren wie sowas oder so ist es so ein sprung oder irgendwie sowas ich glaube das jetzt noch ein aber so fliegen Fußball er ist fliegen guck mal hier kann man sogar kopieren strick c er ist fliegen jetzt bei mir zuhört fliegt deine Mutter ließ dein Kuh hier guck mal Moritz drückst du mal V und dann guckst du mal in das Fahrerhäuschen wollte ich schon sagen ins Cockpit und er macht mal zwei kammer Prozent muss sie jetzt fein das frei also du musst v-drücken und ach vielleicht aus dem Tunnel raus zu zu freund teleportieren schau mal was denn jetzt dieses fliegen ist du hast dich erfolgreich überhaupt ab nur leider kann ich nur also entweder fahren oder Kamera nee du musst v-drücken ich drücke doch v-troll ja und wenn du jetzt bei v-drinnen bist dann kannst du jetzt mit rechts das Auto drehen nach Belieben und scrollen mit dem Scrollrad und da siehst du die Fahrerfigur ja ich meinte nur fahren weißt du dass du mal vielleicht siehst ob der auch Bewegung am Lenkrad macht achso nee das macht er nicht glaube ich nicht aber du könntest ja mal eh drücken vielleicht siehst du den ja ja stimmt äh was ist das denn jetzt der sieht auf jeden Fall jetzt nicht mehr aus wie so ein schwarzes etwas nee aber der denkt nicht etwas nee ja ich bin doch bei dir oder du wurdest von brian connor wer ist das denn ignorieren danke ist denn brian connor ist der an ahja europa erinnern es war zu hoffen er hat sich über die ätche ätche b jetzt kommt doch mal alle zuerst um uns auch hier das hat lustig aus es geht jetzt war noch nicht weg du hast du es Komma zurück Golda jetzt nicht in den Sandkasten nicht den Tim mit der Schippe in der Fresse oder keine Ahnung wie der hieß ja Alexander musst du mach das weg nicht mit der Hand mit der Schippe johle das Tanja nicht so hoch schaukeln nicht so hoch Tanja ist nicht schlimm kugel den Arm wieder selber ein fliegen das sieht aus wie ein Bug was macht der da ich fahr da jetzt mal hin da muss man bestimmt eh drücken für respawn ja genau du übertreibst mal wieder ne wie respawn ja r oder so drücken wetten ja wie geht denn das wie kann man denn neu spawnen auf s respawn keine Ahnung ja wie geht denn das ich zeige es gek ja er zählt ich weiß gar nicht mehr hier wie das x oder so ne ah ne das ist Kamera ich weiß nicht mehr wo das sah irgendwie witzig aus ja klar alter ich machs immer mit Mikro dann kannst du hier fliegen denn das ist auch ein Lied von Shima mhm wie kommt wie kommt ja kommt ja wie kommt eins ja was ist denn jetzt dran so schwer oder hat der ja wie mir nach ja mach ich jetzt so ich bin in dem drin so bin ich zweitens kannst du auch in einem durchschreiben danke dann fahren ja zweitens fahren ja so fahren 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 hart bremsen oder was du stehst jetzt auch genau in mir perfekt so äh nu bei Laterne zur Wand ne bei Laterne ETF hat Laberstuhl ja guck mal alles ja ich hab es gesehen wie bei Laterne zur Wand und rechts gedrückt halten wo ist denn hier eine Laterne ach hier ich muss hier erstmal richtig einparken so und jetzt rechts gedrückt halten ja ich halt jetzt hier gedrückt und wann passiert da jetzt was ich halt jetzt wie bekloppt hier hier hinfahren und stehen bleiben wo steht der denn jetzt hier da ein